hallo freunde willkommen zurück hier in nordfriesland ja wir befinden uns hier gerade auf dem aufnahme oder während der aufnahme für den auffüllkurs was die gärreste angeht für feld 1 und auf dem rückweg möchte ich euch eine kleine sache zeigen die mir aufgefallen ist wo ich mich frage warum und wir fahren einfach mal los werden uns das ganze einfach mal anschauen ich fahre diesmal den kurs auch ein bisschen eleganter ein denn ja es kommt ja schon mal vor dass wir hier ballen lagern und dann müssen wir diese ja nicht hier durch die gegend katapultieren und rumschießen deswegen fahren wir den kurs jetzt mal so rum und wieder auffüllen und ja wenn ihr denkt es läuft ja eigentlich soweit ganz gut was soll schon großartig passieren dann seht euch gleich mal das folgende szenario an wo ihr dann auch denken werdet was zum teufel oder ähnliche dinge so und vielleicht sieht es der ein oder andere schon der drescher soll eigentlich hier weitermachen wo die maus ist stattdessen hat er sich überlegt ne habe ich keine lust so ich ja nämlich dann einfach mal hier so zwischen die bäume ich weiß nicht was er sich dabei gedacht hat und wie er dahin kommt das ist die große frage ich habe es nicht gesehen aber eigentlich wer auf jeden fall doch ein lacher wert gewesen denke ich oder wieder ein graus haben mehr ich weiß es nicht ich mache mich da nicht mehr als sie irgendwann irgendwann bist du müde irgendwann bist du einfach müde so dann wollen wir mal du sollst aufladen der beste und wir wollen vielleicht mal einen kurs generieren kollege pflanzenschutz hat noch 30 prozent drin das heißt auch dieser muss ich irgendwann aufhüllen so kurs generierung auf mit feld 1 mit rundherum zwei bahn und dann geht es los wenn wir glück haben naja da reicht sogar eins ne 30 meter das ist echt viel ne da geht es los ich im uhrzeiger sind gegen den uhrzeiger sind das sieht mir schon deutlich freundlicher aus 36 meter düngung hier jawohl und dann kannst du diesen kurs nehmen und du kannst die gärreste auffüllen eingestellt habe ich das ist eingestellt und dann geht es am ersten wegpunkt einfach mal los schön das gestänge ausbreiten das ist hier schon ziemlich geil ja dann mach mal 36 meter das schafft ordentlich was ne das ist schon geil das ist gut verstehst du ich bin mal gespannt wie weit er mit diesen 36.000 litern kommt war schon schon geil schon geil so jetzt kümmern wir uns mal um unseren Alter was macht er denn jetzt hier warum wo will er denn hin was bin ich froh über den starken bauern ne kannst du dir mal so ne geschichten machen ansonsten müsste ich den jetzt erst zurücksetzen und ach du bist da was machen drescher ey was machen drescher ey ganz ehrlich so weg mit dir ja du stehst natürlich auch ganz clever hier ne ja du stehst natürlich auch ganz clever hier ne ja du stehst natürlich auch ganz clever hier ne aber das passt ja denn das läuft gut du musst gleich zum auffüllen wenn ich das richtig sehe hast du aber auch schon gut was weggeschafft ne einmal rum dann kommen noch 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 10 bahn ist ganz ok ich denke mal der muss dann zwischendurch auch nochmal fahren ja und du bist jetzt leer und fährst jetzt dann zur BGA Süd und nicht ganz einmal rum gut ist ja 2 Drittel auf jeden Fall geschafft das läuft so was wollten wir denn noch machen was wollten wir denn noch machen wir können uns eigentlich ein paar Schafe kaufen finde ich ist es an der Zeit dann brauchen wir noch so einen kleinen Hofschlepper ne und was auf jeden Fall noch fehlt das fällt mir jetzt gerade ein das könnten wir eigentlich ganz geschickt irgendwo hier im grünen platzieren oder hier hinten das machen wir auch und zwar diverses da ist er im kleinen so den machen wir hier so hin da ist noch ein bisschen rum so zack hübsch sehr hübsch so gefällt mir das und das ist unser Wassertrigger so dann holen wir mal ein Fass der ist ein bisschen groß dafür ich weiß eigentlich müssten wir noch so etwas kleineres haben aber jetzt um erstmal so ein paar Tierchen hier anzuschaffen und so weiter das reicht erstmal dafür und da kommt hier Blitze Feuerstein ne Feuerzahn heißt das so rum Blitze Feuerstein wie komme ich denn auf sowas wieder so eine geile Wortkreation wo wir gerade bei lustigen Wortkreationen sind keine Ahnung ob das einer von euch schon benutzt oder auch gehört hat meine Frau hat jetzt einen rausgehauen äh fantastisch statt fantastisch dann einfach fantastisch und äh da brauchst du viel Fantasie für um diese Fahrzeugmarke zu mögen wahrscheinlich ich weiß nicht keine Ahnung was sie sich dabei gedacht hat der hat schon wieder durchdrehende Reifen ich dreh auch mit durch ey wo steht der denn bei einem Prozent das heißt theoretisch müsste er der Abfahrer ist voll das ist er hier der untere und da drüber der ah jetzt setzt er sich wieder in Bewegung alles klar sehr schön na wenigstens das haut hin heute äh Tierhaltung und zwar möchte ich ganz gerne ein was haben das alles was wir haben scheiße hier fehlt noch das Transportpark drauf ne ah ich verstehe also das was mal kurz so universal war da gibt es ja jetzt einen Nachfolger davon ja das wird nix das wird nix wir machen das ganze einfach auf die eidwotische Art und Weise wir nehmen das hier äh Farbe ändern ach guck mal da gibt es nur das sieht doch aus wie Milch ich hätte das gerne in blau gehabt aber schwarz nehmen was war noch vorgewärmt na kommen die mit so und das Miniherz das stört mich mal so ein bisschen ne mach ich mal aus sooo so 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 da müsste man irgendwie noch eine Zufahrt machen dazu müsste ich aber die Map editieren und das möchte ich eigentlich ungern ne wir können auch hier lang fahren ach siehste und hier können wir auch eigentlich noch die Kartoffeln hin fahren die wir noch im Silo haben und dann ins Silo drücken hier in das Fahrsilo so in der Zwischenzeit wo das Fass voll gemacht wird können wir mal gucken ob wir irgendwo hier eine Möglichkeit finden Tiere zu kaufen das geht nicht auf das ist natürlich auch wieder sehr intelligent gewesen von mir man kennt es ja nicht anders so Anlieferung Tierchen aha guck mal so wir möchten Tiere haben derer viele so 1500 das heißt wir machen ah das ist aber über die 30 schon weg machen wir mal 40 Schafe so so bestätigen da sind sie die Shibis sehr schön da könnte es noch ein Baum mehr sein finde ich und dann lassen wir jetzt mal das Wasser raus laufen dann gucken wir mal ach siehste wir haben noch gar kein Frontlader Gras oder Heu wir haben noch Gras im Silo ja und siehste fast leer passt doch genau wo stehe ich das denn mal hin da wo es keinen stört ne da wo es keinen stört ne wo stört es denn keinen ja hier ist doch ganz gut hier kannst du es lassen ja mal an abkuppeln Dankeschön und jetzt holen wir eben noch ein bisschen Gras so so unseren Ladewagen habe ich hier mal hingestellt so zu der restlichen Grünland Technik aktuell da könnte ich jetzt eigentlich noch die ähm Ballenpresse noch daneben das wäre noch was jetzt holen wir aber erstmal Gras hier raus bevor es schlecht geht Eigentlich können wir damit auch mit Kurs einfahren so dann machen wir das so und dann macht man eine Kursaufzeichnung da müssen wir dann mal gucken ob das mit der Streckenführung so intelligent ist wir lassen uns einfach mal überraschen ich mache das jetzt erstmal so rum was das hallo du bist aber ganz schön knapp gerechnet hier hohohoho wir mögt das ne guck mal da passen sogar nur 20 Tausende rein Der passt gerade so hier drunter, ne? Darf auch nicht ein Millimeter größer sein. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall läuft's. Das ist die Hauptsache. Die könnten natürlich, wenn wir jetzt noch Kühe hätten, könnte man da natürlich auch noch Gras anliefern lassen. Aber naja, gut. Müssen wir mal gucken. Ich hätte jetzt noch folgende Idee. Wir könnten ihn jetzt noch hier rüber führen. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch hier der Kurs. Das sollte auch jedem klar sein. Oh, der muss getankt werden. Ei, ei, ei. Ja, die Streckenführung gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Und dann könnte man einfach sagen, wir lassen ihn am letzten Wegpunkt anhalten. Und dann könnten wir uns was Neues für ihn überlegen. So, dann machen wir mal. Das reicht aber erstmal. Wir gucken uns jetzt einfach mal unsere Errungenschaft an. Hallo. Da sind sie. Die Schafe. Und irgendwann kriegen wir auch Wolle. Ist es nicht schön. Hallo, Tierchen. Prima. Ja, liebe Leute. Die ersten Tiere haben Einzug erhalten hier auf den Hof. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden es erleben hier in Nordfriesland. Macht es gut. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. imerkann Bis zum nächsten Mal.